Für uns ein wichtiger Beweggrund am Award teilzunehmen war vor allem auch unsere Produkte oder unser Produkt von einer sehr hochwertigen, hochkarätigen Jury auch bewerten zu lassen und da eben auch das Feedback zu bekommen und die externe Anerkennung dann eben auch zu bekommen und ja gerade die Jury von She's Outdoors ist wirklich richtig, richtig gut besetzt und da das Feedback zu bekommen ist für uns extrem wertvoll und dann eben auch weiter Produkte entwickeln zu können in Zukunft. Der She's Outdoor Award ist für uns einfach eine tolle Initiative mehr Frauen zum Berg und Outdoorsport zu bewegen und da einfach auch bewusst aufzuzeigen, dass es die entsprechenden Produkte dafür gibt, dass die genauso hochwertig sind, wie man das eben vielleicht auch von Männerprodukten kennt, wo man vielleicht auch gedacht hat, das geht so für die Frauen nicht oder nur in einer abgespeckten Version, das ist eben nicht der Fall. Viele Tage, Tage, bitte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! hardship preoccup da